So ein vorrüstbarer Stützklappgriff sorgt für mehr Transparenz und Schnelligkeit auf Baustellen. Das coole ist, die oberen Befestigungspunkte sind gleichzeitig auch der Maßstab für den oberen Haltepunkt vom XSE-Stützklappgriff. Dadurch braucht man nicht hin und her messen, sondern ich kann genau darauf achten, dass der Stützklappgriff von der Oberkante bis zur Oberkante des WC 28 cm beträgt und kann das ganz einfach ausmessen. Ich muss nur diese beiden Schrauben 28 cm über dem Sitzring platzieren. Total cool.